Ich war am Anfang total überrascht von Sri Lanka, von Colombo, die Hauptstadt, und musste jetzt nach drei Monaten feststellen, dass es super schön ist, dass viele Sachen, die ich nicht erwartet habe, dort sind, dass es die dort gibt. Und wenn ich jetzt in ein anderes Land gehen würde, würde ich mit einem ganz anderen Blick darauf zu gehen.